Ich glaube schon. Wir ziehen uns jetzt mal die Erde wieder. Ähm... Bei dir wird es eigentlich vermisst als erst die Erde und danach den... Stein. Oh, ich bin dann schon so viel Spielzeit gemacht, aber ich weiß es nicht. So. Glaub ich mich? Das ist über 2 Uhr in der Main. Das ist nicht besser. Ich weiß nicht, dass ich den... ... aber nicht so weit zu sehen. ... sondern, in dem ich zwar ich bin, ich kann auch nicht das holz machen weil es ist auch blau mit mittagsruhe sowieso wieder nichts machen kann aus dem haus regale umhertragen sollte ich auch wieder aufhängen das problem ist wir sind schon nicht gewonnen und das dafür in die wand dübeln müsste und das ist auch wieder laut es heißt stets aus dem hausen und das ist auch nicht das war das ist mit ein grund ich habe hier einen raum so eine raumecke hier ausgesucht wo ich das rechte kann ist meine tür eigentlich zu sie ist angelegt was soll denn ich habe meine ecke ausgesucht unter anderem damit ich nicht vom tageslicht so abhängig bin denn das problem mit einem greenscreen ist ja immer beleuchtet und wenn ein greenscreen von hinten von einem fenster per tag hardcore angeleuchtet wird kann so vorne so viel trocken wie du wirst du kriegst kein konstrundes grün hin also muss man jedes mal den rollladen runter machen wenn man was machen wollte das ist bei frontanen frontanen situationen immer mit mit dem den vorhand und die 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 stimmte das war anders stört was natürlich sein es ist interessant doch das ist das buch die ganze zeit ist ein bisschen heller aber was ist eigentlich relativ egal nein es kann auch sein wenn ich etwas schieb auf dem Bildschirm schaue dass es deswegen ist ja das ist der ganze Hintergrund ich glaube sonst sieht man das nicht wirklich dass sich da viel geändert hat eben durch ein grünes Grün sonst wird er mir einfach nur weiß ein bisschen langweilig aber kann man eigentlich auch anbieten und ich höre die Musik die ist sehr leise egal die 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 pf so er ganz viel wenn es nicht ich bin ich bin Ich glaube, wer noch mal gespielt hat, weiß auch, was so eine blöde Idee ist, das liebsten Sachen anzufangen. Und wenn dieses Feld hier auch steht, dann werde ich vermutlich auch allmählich anfangen Monster zu machen. Dann muss ich halt vorne auch mit Ausleuchtung betreiben, was man jetzt hier nicht spielen kann. So, das ist nicht angenehme, sondern das wichtigste bei den Betten ist, aber hier in einen geschlossenen Raum zu stellen. Und dann weg von hinten. Das ist, das weiß auch nicht mehr. Aber dann ist es auch so, dass wenn man einen, ja so einen geschlossenen Raum muss, dass nicht aufläuft. Das ist auch noch wichtig. ich auch nicht wirklich vorzuarbeiten natürlich kommt dann noch einer zu nein das steht da drüben ich hätte es mit dem den stein auch wieder raus wenn ich eh hier bin kann ich auch dafür sind den ganzen dreck raushauen dann ein paar neue scharfe machen jetzt einfach mal vier stück und ein paar bäumchen das sind ja nur normale lagen Was ist das denn aus? Das ist das, das ist das noch nicht. So versiert. Hm, vielleicht nur nachlesen. Wann das denn sein wird. Aber ja, langsitzend. Nicht mehr dauern. Warte mal, vielleicht soll ich erst mal ganz so steine entfernen. Es wird sonst ein bisschen unübersichtlich. Das ist wieder keiner. Ich setze mich mal etwas bequemer hin. Dann wird hier in Ruhe alles gedacht. Mit Blick auf die Burg. Mit den abgesägten Türmen. Oh Gott, das wird ein Albtraum hier. Das ganze Zeug fertig zu machen. Weil ich keine Ahnung habe. Ich habe eigentlich gerade das mit Lehm. Ziegeln zu machen mit den Brücken. Nur, habe ich absolut keinen Blasten Schimmer. Wo ich so viel Lehm herbekommen soll. In dieser Welt ist also aktuell hier. Das ist so selten. Und ja. Ich bin dann mal gespannt. Auch zu transportieren. Das ist ja. Also ich habe gesagt. Alles was man machen kann. Ist halt die. Ähm. Die Lehm halt direkt vor Ort. Dann einschmelzen. Alles immer sofort. Und dann halt. Ja. Dann halt. Mal machen. Oder man craftet ihn halt wieder zusammen. Bauen ihn zu Hause nochmal ab. Und schmelzen ihn dann ein. Also eine zweite Möglichkeit. Wie man das machen kann. Schafe gespawnt. Was ignorier ich jetzt mal. Das ignorier ich ganz gekonnt. Und auch ganz bewusst. Ja. Ich denke wir werden noch. Genug Schafe noch finden. Ansonsten ist von hier. Am laufen immer. Mal. Mal. Es reicht ihm einfach. Ein eingezahltes. Areal. Und da. Ausleuchtet. Und dann. Die ganzen. Tiere abfahren. Aber ich geh trotzdem hin. Für mir die Wolle. Es sind. Also nicht nur drei. Boah. Überoptimale Aussprache. Würde ich mal sagen. Viel mehr. Wolle. Kann man Ostenshafen. Wie cool. Hm. Okay. Get com. Auf Richtung. Good fish! Ei.